Was ist denn los? Dein Vater will dir was schenken. Was? Ach so, ja. Ich habe uns was Warnes gemacht. Was ist denn das? Königsberger Klopse aus der Dose. Königsberg war die Hauptstadt von... Weiß ich. Was macht die Schule? Das geht so. Da bist du nun beinahe fast gerade erst geboren und schon sitzen wir zusammen beim Essen. Als ich so alt war wie du, habe ich mich sehr für Sport interessiert. Also nicht so für den kleinen Kram, für die Spitzensportler. Das ist gerade, Junge. Wer ist denn... Wen bewunderst du denn so? Wen findest du toll? Michael Jackson. Michael Jackson gibt übermorgen ein Konzert in der Messehalle. Ist das die Möglichkeit? Frag deine Mutter, wann der Zug fährt. Wann fährt der Zug? Um 9.18 Uhr. Um 9.18 Uhr. Danke. Danke. Bitte. Bitte. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm. Da war's um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. Und weiter? Nichts weiter. Danke. 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 Vielen Dank.